Musik Hi Leute, ich bin's wieder, Grip Girl und heute steht ein wichtiges Infovideo auf dem Plan. Ich wollte euch nämlich fragen, ob ich das Indie-Game Anti-Chemper für euch mal reviewen soll oder gleich darüber ein Let's Play machen soll. Einige von euch kennen es bestimmt noch nicht, denn es ist noch ziemlich neu auf dem Markt. Aber es ist wirklich zu empfehlen. Es ist also ein Game, wo ihr in so einem Art weißen Labyrinth rumlauft und ihr müsst dort Rätsel lösen und könnt euch dabei nicht auf die Gesetze der Physik verlassen. Einige von euch wird es freuen, weil Physik mögt ihr eh nicht. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das was wäre, wenn ich das so als Nebenprojekt Leben Minecraft laufen lassen soll. Also Leute, schreibt es in die Kommentare, ja oder nein. Und damit bin ich auch schon wieder raus. Ciao Leute!